Hallo Leute, uuuuuh, was haben wir hier? Ein Kilo Rinderhack. Oh, und dazu Wuster Sauce. Ordentlichen Schuss reinwimsen. Oh ja, ganz genau. So muss das laufen. Und dazu natürlich ein bisschen Salz. Das ist grobklinig. Ordentliche Ladung wird ja durchgewimst. So, und dazu natürlich schwarzer Pfeffer. Ja, ganz genau. Chili Flocken hinterher. Zwiebelpulver. Oh ja, und Knoblauchpulver. Voller Lunse. Rein mit den Fingern. Wunderbar. So wie wir es mögen. So Freunde, haben wir es jetzt hier ordentlich geformt. Äh, die Fahne kommt rein. Ich glaube ich könnte gerade Cannabier gebrochen. Zack. Erster Burger fertig. Eine kleine Trinkpause. Los geht's. Die linke Hand. Ab am Hals. Und hingestellt. Weiter geformt. Wunderbar. So, fünf Back. Gingen wir da raus gewimst. Und dazu Freunde. Seid gespannt. Da kommt noch was. Nämlich der Grill an. Bäckendorf. Wunderbar. Laundgum Bacon. Drei Packungen. Sieht das nicht fein aus? Oh. Oh. Deckel zu. Oh. Um den zwischendurch. Oh. So muss das sein. Ich habe einen ordentlichen Keller reinnutzen. Sehr gut. Und nun. Boah, jetzt sieht das knusprig aus oder sieht das nicht knusprig aus? Oh ja. So mag ich es. Und jetzt hier. So. Und ihr kriegt alles mit einer Kelle geschnappt. Ab auf den Teller damit. Jawoll. Wow. Die Burger. Ihr könnt euch hier eher ein Eihefse geformt. Extra full pro hier auf dem Brett. Und jetzt. Wow. Von oben sind sie noch nicht fertig. Aber unten Junge. Ich kann es euch versprechen. Hallo Junge. Voll wissen wir. Und jetzt nehmen wir uns ein. So. Zeig mal wie das geht. Hier umgewämst. Jawoll. Die anderen Maschinen natürlich auch. Zack. Und wumm. Ja. Ja. Wir haben extra Kran geholt. Hier für die Nummer hier. Und haben zickzack Aufnahmen zu machen hier. Hehehe. Und was für Aufnahmen. Natürlich in 4k. Hühle. Dicken Boletten. Das ist volles Programm. Und hier bei Johnny gibt es 4k. So. Decke zu Freunde. Wunderbar. Oh ja. Wir sind doch nicht ganz fertig. Der Bacon muss drauf. Jetzt überlegen wir ja die ganzen fünf Geräte mit Bacon, sodass alle was abkriegen. Das sieht gut aus. Dritte Hand, dankeschön. Käse muss drauf, cheddar, das volle Pfund. Perfekt, da gibt es noch was in die Lücken, ich mag es viel, so wie alle. Deckel drauf und Deckel auf, Freunde, ja, also wenn das nicht mal nach einem gelben Halleluja aussieht, dann weiß ich es auch nicht. Balladzeuge rein. Bitte an, zwei Teller hier. Du musst dir so Vitaminbomben nach obenkriegen rollen. Ja, und noch eine. Komm schon. Angesucht. Und drum. Ich lass euch nicht hier in Ruhe, Freunde. Ja, genau. Es hört nicht auf, wenn Johnny was vom Grimme holt. Das volle Pfund. Jawohl. Und nun geht's weiter, Freunde. Raus da. Boah. Ich hab da mal die Burger vorbereitet. Butter aufgeklappt. Jetzt geht's los, Freunde. Erstmal Barbecue Sauce. Oh, sehr, eure Lieblings. Ich hab die Heinz geschnappelt. Du burt sie. Oh, drei Lunsen hier. Untere Baguette voll Wimsen. Sehr wohl. So bekommt's, mein Herr. Und jetzt kommen die Burgers. Oh, sieht das gut aus. Scheiße, Mann. Zum Glück hab ich keinen Slider. Ich hab eine totale Freunde. Und die ist noch viel geiler als jede Fahrt, weil sie von Johnny kommt. Johnny hat's einfach faustdick hinter den Ohren. Look at this. Ah, ihr kennt's natürlich, ne? Aus welcher Folge, Freunde? Haha. Na gut, ich close es auf. 122. Diesmal für den Super-Rodeo-Burger hab ich mir extra die gleichen Ringe geholt. Und natürlich die Krümel. Ein bisschen kleiner geblasen. Ganz genau. Quasi. Das Frühstück des Mannes. Kleiner gelunzt. Präsentierend. Oh. Oh, sieht das gut aus. Jawoll. Dann Barbecue-Soße darf halt nicht sparen. Wunderbar. Replay. Einmal in die andere Richtung lunsen. Hat ein Porno. So, Freunde. Nochmal ran lunsen. Und nun... Whoa. Whoa. Klopfen. Zeit für Mini-Johnny. Jaaaaah. Bier. Danke, Mini-Johnny. Oh, geil. War das geil. für euch. Oh ja. Na ran, so wie ihr es verdient habt. Bei Jonny gibt's das volle Programm. Stoß zu ihm. Oh ja. Sieht das gut aus. Verdammt, wie es da runterläuft. Ich verfolge die Ketchup-Spur. Bitte abonniert mich, falls ihr es noch nicht getan habt. Boys and Girls, ballert's euch rein. Ein paar kleine Detail-Shots hier in der Mitte, links, rechts, überall. Ihr könnt es rauslosen, wie ihr es haben wollt, Freunde. Ich mach einfach weiter. Und wie ich weitermache. Ich bin unstoppable. Oh ja. Freunde, es geht richtig voran, nämlich mit Vollgas. Boys and Girls, ballert's euch rein, denn I love you.